Okay, willkommen zurück zu Letzweiden Mario Party 2. Es geht weiter. Und Stern stiehlt. Oh mein Gott, jetzt könnte sich noch alles verändern. Na ja, klar, dass der Stern stiehlt. Den Stern stiehlt. Und ich glaube, Wario kriegt immer noch den Fragezeichen. Also hat sich jetzt das Blatt gewendet und Wario wird wahrscheinlich gewendet. Wenn jetzt nicht irgendwie jemand noch irgendwas komisches macht und irgendwie... Nee, ich glaube nicht. Das ist der letzte Zug. Da kann wahrscheinlich nicht so komisches mehr passieren. Und ich bin auch nicht nahe einem Buhu, also das kann eigentlich auch nicht. Irgendwie Buhu oder so. Ja, was möchte ich noch? Och Gott, Leute, 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 Leute. Wer wird gewinnen? Das ist so spannend. Ja, könnte es eigentlich öffnen. Das schließlich der letzte Zug, als ob du noch zum Stern kommst, dann wahrscheinlich nicht. Okay, mein letzter, letzter Zug von mir. Das kann auch alles passieren. Nee, das kann nicht mehr passieren. Oh mein Gott, ein Stern! Oh mein Gott, im letzten Zug ein Stern, danke! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich liebe dich spiele, ich liebe dich. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Das Glück, das ich habe. Oh mein Gott. Es könnte noch wirklich möglich sein, dass ich noch gewinnen könnte. Wer weiß. Zapduster! Oh Gott, Leute, was für ein Glück. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich mit Mario Party, was ich da alles für Glück habe. Okay, hier müssen wir Mario ausweichen, denn der hat so einen Hammer und dann müssen wir gucken, dass der uns nicht trifft. Ja. Und der ist im Dunkeln, als ob Sie so Angst haben. So. Oh. Oh, du, 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 du. Da ist Mario, Mann, ist da. Oh, geh weg, geh weg. Nein! Du, 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 du. Geh weg. Geh weg, geh weg. Oh, ich habe ihn gesehen. Ich bin der einzige hier. Nein, der läuft mir noch nach. Du, 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 du. Ich weiß nicht, ob ich schneller bin als Mario, aber es sieht aus, als ob ich schneller laufen bin. Ich laufe jetzt einfach die ganze Zeit im Kreis, weil der kriegt mich so anscheinend nicht. Geh weg! Und gewonnen! Ja, 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 gewonnen! Den Minispielstern lasse ich dir nicht, Mario. Das kannst du vergessen. Das ist meiner. Okay, und jetzt die letzte, das war die letzte Runde und mal sehen, wer gewonnen hat. Jetzt kommt die Auswertung. Oh, Leute, 104 Münzen. Oh, es ist so knapp. Ich bräuchte 10 mehr und dann hätte ich Mario reingeholt. Das könnte noch ziemlich knapp werden hier mit Münzen. Wer ist der Superheld? Wer sind die meisten Sterne? Ich und Mario. Gut. Die haben es halt Münzen, das ist Mario. Bonus-Sterne, okay, jetzt kann das wirklich alles entschieden werden. Minispielstern, gerne, dann nicht. Ja, ich hab drei Sterne jetzt. Das kann wirklich noch... Das kann wirklich noch sein, dass Mario trotzdem noch gewinnen, weil der könnte wirklich aufs Fragezeichen fällt. München geht an Mario und jetzt kommst drauf an, ob Mario einen Fragezeichen-Stern kriegt. Oder nicht. Mario und Donkey Kong, okay. Es ist, glaube ich, klar, wer es gewonnen hat. Oder? Ich sag's jetzt nicht, weil ich weiß es. Okay. So, spannend, Freunde. Schreiten wir zur Wahl des Superhelds. Der Superheld ist... Wartet mal! Wenn hier der Bauseilbefeld Tau zieht die Bank. Oh, was zur Hölle? Oh, da müssen wir schnell hin. Das ist voll spannend. Mach'n die das bei Mario Part 2? Tut mir leid, das sind alle Münzen, die wir haben. Also, komm mal her. Mehr Münzen, sonst töt' ich dich. Schieß ich dir einen Korken an die Nase. Es ist... Wer ist es? Yoshi! Yeah! Leute, ich hab' gewonnen. Ich bin der Superheld. Oh, cool. Du, 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 zu Hilfe! Kann niemand helfen? Oh, ich krieg' mir den Panzer. Okay. Okay, und jetzt, auch mein Gott. Duell. Wer hat die schnellere Hand? Den schnelleren Finger. Und... Yoshi, zack, wusch, guck dich da sein. Bullet Time. Der fliegt über mich drüber. Oh, ja, klar, das war so ein harter Treffer. Oh, du knallst mir einer! Ja, ich bin nämlich Yoshi. Ich bin der Superstar. Ja, vielen Dank, dass ich mich gerade in jedem Angriff liebe dich. Du bist halt von Westerland. Okay, Leute, oh, mein Gott, ich bin der Superstar. Er hätte das gedacht, dass ich noch gewinne. Jetzt echt zu dem Stern hier am Schluss zu verdanken. Oh, mein Gott, ich hab' so ein Glück. Das hat gerade alles verändert, weil ich glaub' sonst hätte Mario genauso viele Sterne als ich und dann wär' das ganz anders geworden, ne? Mal gucken. Mal gucken, wer die meisten Sterne hat. Drei Sterne, ja, seh' ja, dann hätte... Nee, dann hätte Mario gewonnen, weil der dann ein Stern mehr hätte. Okay, gucken wir uns die Details an. Drei Sterne, ja, das haben wir. Die Anzahl der Spiele in der Besitzung. Die Minispiel-Münzen, oh, Mario, das war auch ziemlich knapp eigentlich. Die Menge der Minispiel-Münzen. Ja, da seh' ja, das war auch ziemlich knapp zwischen dem Mario. Und hier die blauen Felder, ja, ja, das ist eigentlich langweilig. Es gab keine Ausrufezeilen, Felder, ich weiß jetzt nicht, was die Maschen, also... Ähm, Bowserfelder, Kampffelder, auch, es gab viele Kampffelder. Und ja, das war's eigentlich. Okay, ähm, ja, ich glaub, ich, ähm, beende hier jetzt das. Und oh, noch die Münzen hier ein Kassierer. Guck, da waren alle Münzen, kommt es ins Feld. Wir haben jetzt 20.000, ich weiß, ich hab' nicht sehr unendlich viele, ähm, Münzen bei diesem Spielstand. Aber naja, da hab' ich hab' mal alles gelöscht gehabt und dann hab' ich neu angefangen, das noch mal zu spielen. Mit so Story und so, aber, ja, CD ist nicht viel im Massen. Okay, ähm, Leute, das war's mit Mario Party 2. Beim nächsten Mal werden wir einen Gast dabei haben. Wer das ist, das seht ihr dann. Und, ähm, freut euch. Bis zum nächsten Mal. Bei Let's Play Mario Party von Spencer, das bin ich. Dankeschön, tschüss.